Hallo, ich bin Gülsene Akgül vom Domotexteam der Deutschen Messe AG und unterhalte mich heute mit Dr. Ali Ipekci, dem Geschäftsführer des traditionellen Hamburger Teppichhandels Ipek und seiner Tochter Widerthea Haseburg, die das junge Label Rugtails mitbegründet hat. Herzlich Willkommen! Wir unterhalten uns heute über generationsübergreifende Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede im Teppichhandel und insbesondere in der Kommunikationsarbeit. In Ihrer Familie dreht sich alles um Teppiche, Perser-Teppiche, Dr. Ipekci. Mussten Sie Umwege gehen, bevor Sie sich entschlossen, die Tradition fortzuführen? Ich musste nicht, aber ich habe. Mit mir sitzt vor Ihnen die fünfte Generation im Teppichhandel Ipekcis, neben mir die sechste Generation. Und eigentlich hätte ich schon verpflichtend reingehen müssen, wegen der Familiengeschichte. Habe ich aber nicht. Ich habe eine Schleife gedreht und habe mich zehn Jahre mit Medizin und Augenheilkunde auseinandergesetzt. Dann aber hat letztendlich doch die Liebe zum Handel und Produkt gesiegt. Ich habe davon profitiert, dass mein Vater mir immer, wenn ich auf meinem Lieblingsspielplatz den Teppich stapeln war, zwischendurch Geschichten, über die Teppiche erzählt hat. Wieder. Sie nutzen Plattformen wie Instagram für Ihre Arbeit. Wie sieht denn Ihr Geschäftsmodell aus? Wie mein Vater gerade eben schon gesagt hat, in den letzten zehn Jahren vor allen Dingen hat sich die Art, wie wir mit unseren Kunden kommunizieren, rapide verändert. Nun sind wir mit Rugtales ja auch nicht im Großhandel tätig, sondern im Endkonsumentenbereich. Das war auch genau unser Ansinnen, unsere Mission und Vision, den Perser-Teppich eben dem Endkonsumenten direkt näher zu bringen und neue Inspirationsquellen aufzumachen. Und wir sind vor allen Dingen sehr stark auf Social Media unterwegs, weil wir versuchen, eine sehr inklusive und direkte Ansprache auf Augenhöhe mit unseren Kunden zu führen, die sehr persönlich ist. Ich melde mich da ja auch selbst gerne zu Wort. Und wichtig ist uns eben, dass diese Leidenschaft, die wir alle in der Familie auch gemeinsam mit meinem Bruder Armin, der ja Mitgründer ist, die wir in uns tragen, weiterzugeben an unsere Kunden. Diese Freude, die Passion, die Leidenschaft, die Liebe zum Produkt und eben vor allen Dingen auch mit alten Klischees aufzuräumen. Also dieses, ja, der Perser-Teppich, der liegt ja eh nur bei Omi unterm Esstisch. Nein, das ist eben nicht so. Man kann ein Perser-Teppich so cool einrichten. Und das kann wahnsinnig zeitgemäß und modern sein, obwohl man mit so einem traditionellen Stück arbeitet in der Einrichtung. Und genau das versuchen wir vor allen Dingen auch über Instagram zu zeigen, über Bildmaterial, über Videomaterial. Da sind ja die Formate so vielfältig. Da hat man so viel Spielraum. Und bislang kommt das auch echt gut an, was mich sehr, sehr freut. Ich glaube, es wäre ein absoluter Versuch irgendwie. Und ja, bislang haben wir das Gefühl, dass es beiden Seiten Spaß bringt. Uns, aber auch den Kunden. Dr. Ipektschi, was fasziniert Sie am Perser-Teppich? Oder gäbe es vieles zu erzählen. Der Perser-Teppich ist kein Massenprodukt. Es ist ein individuell gefertigtes Kunstobjekt. Er ist Ausdruck der Geschichte, der persönlichen Ästhetik der Menschen. Er ist Folklore. Er beinhaltet so unglaublich viel, dass es Freude macht, sich mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Der Teppich reflektiert eigentlich dieses gesamte Land und das Denken und das Empfinden auch der Menschen. Es gibt ein wunderschönes Buch über die Teppiche im Iran, das heißt Woven with Love, mit Liebe geknüpft. Und ich glaube, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass man weiß, was man eigentlich vor sich hat und worauf man rumläuft. Es ist nicht nur ein schlichter Bodenbelag. Und die große Herausforderung für uns war eigentlich in diesem Kontext, und ich glaube, es ist uns bisher ganz gut gelungen, in enormen Mengen Teppiche auf den Markt zu bringen und trotzdem diese Eigenschaften, die Individualität dieses Produktes dabei zu wahren. Wieder. Wie sehen Sie das? Setzen Sie Antragszentren oder Ähnliches? Ich würde mich da meinem Vater zu 100% anschließen. Da gibt es gar nichts Großes hinzuzufügen. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt reinbringen. Ich glaube nämlich, dass sich der Kunde seine Perspektive auf den Orienteppich und den Persilteppich etwas geändert hat. Vor 10, 20 Jahren sind die Kunden losgezogen und haben gesagt, ich möchte wirklich ein sechslagigen Nein haben und der soll aus Nein kommen und der soll die und die Farben haben. Und hat dann eben auch das entsprechende Geld dafür ausgegeben. Heutzutage merke ich, dass besonders in meiner Generation die Kunden und die Menschen, meine Freunde, nach Produkten suchen für ihre Inneneinrichtungen, die eine einzigartige Geschichte erzählen und einen einzigartigen Look repräsentieren, dieses Folchlorige haben, dieses Storytelling. Und genau das gibt Ihnen ein handgeknüpfter Teppich, das gibt Ihnen der handgeknüpfte Perser-Teppich. Jetzt wissen Sie, warum ich so gerne mit meiner Tochter zusammenarbeite, weil man hört, mit wie viel Herzblut sie eigentlich bei der Sache ist. Wieder. Bedeutet eine Krise auch, Chancen neu zu bewerten oder neu zu schätzen? Ich glaube jetzt auf den Teppich oder auf unser Produkt gesprochen, den Perser-Teppich, habe ich das Gefühl, dass in den letzten zwei, drei, vier Monaten sich die Gesamtbranche gezwungenermaßen durchdigitalisiert hat. Also irgendwie ging es gar nicht anders, als sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Die Wege, die sind nicht mehr so einfach zu begehen. Wir können nicht mehr so schnell zusammenkommen, wie vor noch einem Jahr. Und wenn wir überleben wollen heutzutage, dann müssen wir darüber nachdenken, neue Kanäle zu finden, in denen wir über unser Produkt sprechen können, uns austauschen können und auch verkaufen können. Und ich glaube, dass das gut gewesen ist, dass das jetzt endlich stattfindet, weil das ist ganz, ganz wichtig. Der Perser-Teppich hat eine unglaubliche Tradition im Handel. Und über Jahrzehnte und Jahrhunderte weg haben sich diese Handelswege etabliert und ich glaube, vielleicht auch so ein bisschen angestaubt. Sie beide kommen ja jedes Jahr auf die Domotex. Und was erhoffen Sie sich dadurch oder wo könnte die Entwicklung zukünftig hingehen? Die Domotex ist eine gigantische Kommunikationsplattform, Weltleitmesse für Bodenbelege. Wir können sehen, was sich auf dem Markt tut. Nicht nur wir, sondern auch der Besucher. Dieses Forum, wo sich eine Branche trifft und sich austauscht, ist extrem wichtig für uns in der Branche. Wieder, Sie sprach über die digitalen Entwicklungen, die digitale Transformation. Wie könnte die Messe zukünftig aussehen? Wo sehen Sie die Messeentwicklung? Also erstmal würde ich gerne voranstellen, dass für mich die Messe auf einer emotionalen Ebene, wie das Zusammenkommen einer großen Familie ist. Ich kenne sie nun schon seit klein auf. Und seit ein paar Jahren darf ich auch persönlich mich da auf den Stand stellen und mitarbeiten, also mitwirken. Da haben wir ja Lila Ballard dann gesehen in diesem schönen Pavillon, den sie dahergerät hat, in einem Kontext, der sehr persönlich war für sie, den ich besonders schön fand, weil man dadurch so eine Welt gestreift ist und eben total emotional abgeholt worden ist vom Produkt. Und der Geschichte auch. Und ich würde mir total wünschen, dass die Messe, so wie sie das da getan hat, vielleicht auch noch weiterführt und wir hier noch viele weitere Konzepte gemeinsam finden, um eben unsere Kunden auch genau dort abzuholen. Und das wäre etwas, wo ich mich sehr darauf freuen würde. Dr. Ali Pekci, Wiederte Haasburg, ich bedanke mich für das Gespräch. Wir bedanken uns bei Ihnen. Danke für Ihre Zeit.